Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde. Das haben wir auch schon wieder. Jo, was haben wir denn heute alles vor? Ich sag euch was. Wir... Ich hab schon alles leer geholt. Wir brauchen... Material. Wir haben zwar hier noch so ein bisschen was, aber... Eigentlich ist das gar nicht so viel. Der Kupfer sieht vielleicht im ersten Moment ganz gut aus. Ist es aber eigentlich auch irgendwo nicht, weil ich hier eine ganze Menge von verbrauchen werde für unsere neuen Kisten. Wir werden uns auf jeden Fall mal in die Höhle begeben und ein bisschen Material sammeln, damit wir auf der sicheren Seite sind. Derweil können wir natürlich gut... Ein bisschen von unserer... Da ist auch noch Kohle das. Ich packe mal einfach mal so einen frischen Stack hier rein. Ich werde den mal einfach aufstecken hier. Zack. Sozusagen. Den nehmen wir raus, dass der wieder frei ist. Dann kann der so lange ein bisschen an unserer Kohle rummaserieren. Fackeln hätten wir genug. Wir machen mal folgendes. Das Ding werden wir ablegen. Warte mal. Ich wollte ja vorher auch noch was anderes eigentlich machen. Ich wollte nämlich mal hier unseren Flachs anpflanzen. Da ich gesehen habe, dass wir nur fünf Strings haben. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Haben wir nicht schon Milliarden Spinnen getötet? Also gefühlt Milliarden. Wo sind denn die ganzen Strings davon? Ich verstehe halt nicht, warum da nur so wenig sind. Ja, ich möchte... ...auf jeden Fall... ...mehr Bändchen haben. Zeige ich euch gleich noch, warum. Ja, fünf Flachs ist jetzt natürlich nicht die Welt. Pass mal auf, wir hatten doch noch... Ja, wir haben auch massig Zäune, ne. Drei. Ganze drei Zäune haben wir noch. Warte mal, wo war denn hier? Hier ist noch so ein Törchen. Dann machen wir uns mal... Das sind doch eigentlich die gleichen hier. Warum sind die denn nicht hier... ...mal so ein bisschen... ...versteckt sozusagen. Versteckt. So, dann machen wir uns mal ein paar... ...Stickys, machen wir uns noch ein paar Zäunchen dabei. Ja, da kommt er ganz gut hin. Und, äh... ...Zäunchen... ...habe ich jetzt gemacht. So, 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 so. Das waren die Zäunchen. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ne. Ja, aber... ...wird ja auch erstmal nur so ein... ...kleines Feld. Wo war denn unser Eimer? Wir hatten doch einen Eimer, oder? Boah, ich suche mir hier einen Wolf, ehrlich. Ich muss da... ...ja... ...da ist er doch. Warum ist denn der so holzig? Ich hab den aus Metall gemacht. Aus Eisen. Das ist doch kein Holzeimer. Unsere Schämtheit. Ich werd schon ganz schläfrig. Ja, äh... Gehen wir mal nach oben. Ja, ja, das... ...hört man schon. Kein Strom mehr da. Ist klar. Ratzt mal ne Runde. Ja, Strom ist gleich wieder da, dann... ...kannst du wieder loslegen. Ach, ist mir auch egal. Warte, 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 Willz. Ähm... Da ist doch mal so eben... ...so ein kleines Flachsfeld. Nix Aufregendes. Ich... ...wird halt einfach mal hier mit an die... ...an die Hühner pflanzen. Wir sind sowieso nur... ...fünf... ...ähm... ...seeds, die wir da haben. So, und dann haben wir noch ein Türchen, ne? Ein Türchen. Jetzt können wir natürlich nicht fliegen. Und äh... ...ist klar. Hätte man ja mal dran denken können. Ach, ach, ich hab... ...ich hab das Ding doch noch auf. Ach, ach, ich hab... ...man kann doch fliehen. Oh, was ist denn... ...wat. Jetzt haben wir hier. Charcoal. Komm her. Wir müssen unbedingt was daran ändern. Also noch... ...so ein, zwei Solarzellen oder so. Wir werden viel Energie brauchen. Ich hab da so einiges vor. Wo ist denn hier... ...wie sieht die denn jetzt aus? Nehmen wir... Ach so, hier muss ich, äh... ...ääh... ...das ist jetzt natürlich... ...nicht die... ...gronche Symmetrie drin. Ähm... ...puh... ...ist auch egal. Komm her. Zack, passt. Ne, war mal nicht so ernst. Ne. So, hier. Das reicht schon. ...für das bisschen was. Flax. Hallo? Wieso kann ich den Flax nicht anpflanzen? Bin ich jetzt ganz verwirrt? War das jetzt... ...Flax kann man noch... ...ja. Äh... ...ich hab keine Ahnung. Jetzt. Ah. Okay. Muss man erst mal einen Moment warten wohl. Hm. Ja. Äh. Tu mal schneller. Und ich hab gehört, du hast ein Ei gelegt, ne? Ja, ich komm gleich. Komm her. Wir nehmen was nicht so eng hier. Wir rollen nur noch einen. Ah, ist er. Zack, danke schön. Auf Wiedersehen. Ähm. 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 Bitte geben Sie jetzt Ihren Tipp ab. Bitte. Hallo? Ja. Wo ist denn das Ei? Das ist doch unglaublich. Ich hab gedacht, das kommt wieder runter. Vielleicht ist es auch runtergekommen. Ich hab's einfach noch nicht gesehen oder so. Ist ja auch wurscht. Wir sind da ja eh ein bisschen glücklos. Gucken wir mal, was unser Feld macht. Mal auf die Schnelle hier. Der und der. Ja, hier hat uns die, äh, die Spinne, ne? Oder die Spinnen, hat uns da so ein bisschen geärgert, ne? Oh, Mann. Ich klicke mal meine Uhr an. Leider zu spät. Ja, so ein paar Minütchen nehmen wir auf, ne? So. Äh, pass mal auf. Dann gehen wir gleich mal kurz die, äh, Kühe füttern. Wer möchte denn was haben? Ja, alle auf einmal. Das hab ich mir gedacht. Äh. Ich hab aber nicht so viel. Hallo? Komm her. Du und... Äh, du. Nicht hingucken, Leute. Mann, Mann, Mann. So, und das war's dann noch. Du und du? Ja, fein macht ihr das. Komm, hier, die Schafe werden wir auch mal aufmotzen. So. Diskretion, Diskretion. Ja, fein. Ja, süßig, Alter. Ja, ganz fein. Ihr habt doch alle was gekriegt. Nö, nö. Warum braucht ihr mir gar nicht kommen? Was machen unsere Bienchen? Ich wollte eigentlich auch mal andere Bienchen holen zum Kreuzen. Dass wir hier mal ein bisschen mehr rausholen. Ach, schade. Ich hab keine Kiste. Ähm. Es wird langsam ein bisschen voll. Wir müssten eine Kiste haben. Komm, gib mal Gas. Da hinten ist doch ein anderes Biom. Und wir haben sowieso unseren Kescher nicht bei, ne? Ja, äh. Komm, wir vergessen das. Shit, was auf die Bienchen. Ist jetzt nicht so wichtig. Und zack. So. Aus dem machen wir uns mal eben hier ein lecker Brot. Sieben Äpfelchen haben wir auch noch. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und, ähm, Steinchen werden wir hoffentlich genug bekommen. Ach, ich glaub, wir brauchen die noch. All derweil. Ich wollte machen ein. Pasch mal auf. Ein Minas Backpack. Rezept. Dazu brauchen wir Wolle, ne Kiste, zwei Eisen und viermal String. Wobei wir wieder bei den Fädchen wären. Also. Da gibt's nämlich noch andere von. Ähm. Nur wir haben halt nicht genügend Fädchen. Ähm. Ach nee, wir brauchen. Da haben wir doch Wolle. Haha. Wolle. Ähm. Eisen. Zwei Eisen, ne? Waren es zwei? Zwei. Zwei Eisen und ne Küste. Da haben wir jetzt gerade mal die acht. Ach, hier haben wir noch ein ganzes Deckholz. Naja, nehmen wir mit. Egal. Da machen wir mal uns schnell eine Kiste. Und die kam auch in der Mitte und ich möchte nicht lügen, die kam dahin. Die Wolle einfach so? Natürlich nicht. Warum auch? Ach, da war ja noch was. Ist klar. Eisen hätte ich jetzt mal gleich weggelassen. Meiners Backpack. Super. So, und wenn wir den in die Hand nehmen und rechts klicken, dann haben wir noch so ein paar Extraslots frei. und wenn alles passt, dann sollte der uns da drin quasi unser Ohr sammeln. Also Erz, ne? Nix. Nicht, wer am Kopf ist, hat Ohr. Okay. Kleiner Scherz am Rand. Das ist heute wieder lustig. Oh, meine Herren. Dann brauchen wir den Stein doch nicht. Okay. Ich dachte, da wäre Steinball gewesen. Kann sein, dass es bei dem anderen Steinball war. Ich weiß nicht mehr. Da gibt es noch so ein anderes. Das ist nicht das Meilers Backpack. Das ist das Diggers Backpack. Und damit kann man dann so Stein und so ein Kram sammeln. ist halt auch ganz praktisch. Ja, hier, die legen wir natürlich auch wieder weg. Eimer. Pass mal auf, den Eimer, den nehmen wir mal mit. Wenn ich denn dran denken sollte, könnten wir uns ja mal einfach so ein Eimer Lava mitnehmen. Wer weiß, wofür das Blut ist. So ein Eimer Lava am Mann ist ja nie so verkehrt. Vielleicht machen wir uns so ein Petrochemical oder so. Wenn wir ein bisschen Lava haben, dann können wir da auch noch Energie rausholen. Ob es sich jetzt unbedingt lohnt, weiß ich nicht. Ich glaube, ich fülle den gleich mal wieder auf, dass der direkt weitermachen kann. Guck mal, da haben wir auch noch Charcoal. Da haben wir auch noch Charcoal. Die, ah ne, da war Charcoal. Den 64er können wir gleich wegpacken. Holz. So viel Holz brauchen wir eigentlich gar nicht, ne. Aber, da kommen wir. Wir machen uns einfach mal einen normalen 64er und den hier den, den werfen wir direkt hier rein. Kann der Kohle draus machen. Fertig. Gut. Das Schwert ist eigentlich noch ganz gut. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir nehmen uns einfach unseren Helm und hier den Solarchelm und das Ding werden wir wegpacken. Dafür schneiden wir unser Backpack auf und setzen uns den Helm auf. Und die schmeiße ich erstmal wieder in die Kiste. Weil eigentlich brauchen wir die ja im Moment nicht. Fackeln können wir uns craften, wenn wir welche brauchen. Hm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Und dann gehen wir jetzt mal Material sammeln. Äh, der ist auch voll. da war ja jetzt keiner hier bei uns, ne? Wo stecken die denn schon wieder? Irgendwo wird der stecken, der Lümmel. Da ist ja auch schon dunkel draußen. Vielleicht war der ja draußen. Oh, jetzt wird's aber schön ruhig hier. Aha. Pass mal auf, ich mach das sofort aus. Das hat nicht nochmal passiert. Zack, aus. Und dann sind wir auch schon gleich unten. Keine Zeit vor Golden hier. Ja. Ah, wer bist du denn? Au, willst du, kommst du her? Ist es denn wahr? Wir haben, wir haben ein Slimeball. Hehehe, ein Slimey. 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 Der hier durch die Gegend. Ich dachte, wer schubt mich denn da? Gut. Und wir haben ja hier noch richtig schön Höhle. Ah, pass mal auf. Hehehe. Meins. Geräusche. Ja. Hier wollte ich rein. Hier gab's Hohle. Das ist Hier